But it's just a wall. Judith, use the Naguik as you touch the wall and repeat these words. City of dreams, veiled in mist, realities extension. Warum kann er das nicht machen? Weil er hat keinen so einen Feuerbau wie ich sehe. Was ist passiert? Wow! So dass Naguik auch so etwas tun kann? Du kennst über den Naguik. Durch seine Macht und die Schreckliche Fresse, die wirkliche Form des Walls ist herausgefunden. Diese Schilderung ist ziemlich schrecklich. Die Kritia, Steuern der Wisdom, Founders der Möhrigen Goraeus und der Angelegenheit. Unsere Schilder der Wisdom hat nur die Seeds des Ruin. Die Blastia, die wir createden, granted uns blessing. Dann Rita war richtig. Es gab viele Schilderungen in der Luft in der Vergangenheit. Du denkst, das ist eine Schilderung in der Luft? Es sieht eher aus, dass die Luft versucht, um den Planeten zu essen. Hmm. Es ist gesagt, dass eine große Masse der Luft threatened zu spüren die ganze Planeten whole. Ich weiß sogar was das heißt. Was heißt das? Atifagos. The world united to challenge the Atifagos and banish the loathsome power which created it. Weine, das hieß Autofagos, was ich meine. Atifagos ist auf jeden Fall fressen. Und... Was ist Adi... 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 Adipositas ist doch die Übergewichtssache. Vielleicht hast du sowas wie... Der frisst besser Platz? Oder sowas? Der Kugelesser. Also. Hey, das wäre das Ende der Lakaia? Es sieht ein bisschen wie die Monster und Menschen die gemeinsam mit etwas zu kämpfen. Während die Goraio-Sivilisation wurde verloren, die Atifagos wurde in der Ende des Endes. Das Fakt, dass wir alle hier heute hier sind, ist genug davon. Also, diese Schilderung zeigt, die Atifagos zu beherren? Was ist das? Was ist das? Es sieht aus wie ein großer Ring. Was ist das? Das ist der Elden Ring. Oh, geil! Ich kann es nicht sagen. Ich habe das selbst gefragt. Hey, was ist das letzte, was man da sagen? Und wer dem Atifagos den Elden Ring überfingert wird, ist der Atifagos-Lord. Judy? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das supposed to mean? There is no further explanation of what each of these phrases may mean. Our ancestors created the Blastia, which led to the downfall of their entire civilization. They then chose to abandon the Blastia and sever their ties with the outside world. It's now! Let her go. This is all the lore of Miorzo. Thanks. You've given us a lot to think about. You know what's helpful? There's this magic cucumber that'll turn any dish into a gorse meal. mine that you. the headelescumman